Fast 400 Jahre sind vergangen, seit in Deutschland der Krieg aller Kriege entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Pest und rohe Gewalt. Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. An manchen Orten starben niemals zuvor und nie wieder danach so viele Menschen. Albrecht von Wallenstein. Mit der größten Streitmacht aller Zeiten erkämpft er für den katholischen Kaiser, die Vorherrschaft in Europa. Doch seine Feinde verteufeln ihn als Gottlosen, der in seinem Machtwahn selbst nach der Krone strebt. Der Kaiser ist alarmiert und entlässt seinen Generalissimus. In der Stunde seiner Niederlage betritt Schwedenkönig Gustav Adolf die Bühne des Krieges. Der protestantische Wikinger erobert Deutschland mit triumphalen Siegen. Nur einer kann ihm Paroli bieten. Wallenstein. Der Kaiser holt seinen Generalissimus zurück. Wer wird siegen im Kampf der Giganten? Magdeburg an der Elbe. Als unseres Herrn Gottes Kanzlei wird die Stadt verklärt. Ihr Untergang sollte zum Fanal für den protestantischen Widerstand werden. Musik Der katholische Kaiser will die feste Burg mit aller Macht bezwingen. Nach der Entlassung Wallensteins ziehen seine Truppen unter dem Befehl des großen Feldherrn Tilli vor die Stadt. Es ist der Beginn einer monatelangen Belagerung. 32.000 Söldner verschanzen sich rund um Magdeburg. Etwas Böses und Finsteres sollten sie hier entfesseln, das stärker als der menschliche Wille war. So ein schwedischer Historiker. Musik Einer im Heer der Namenlosen ist Peter Hagendorf. Einer, für den der Krieg Beruf und Lebensordnung ist. Seine Erinnerungen an die Ereignisse hat er in seinem Tagebuch zu Papier gebracht. Wir sind dicht vor die Stadt gezogen, haben mit Schanzen und Laufgräben alles zugebaut. Es hat viele Leute gekostet. Uns ist ein neuer Hauptmann vorgestellt worden. Er ist im Laufgraben wieder totgeschossen worden. Musik Es sind die Aufzeichnungen eines Mannes, der ums eigene Überleben kämpft. Für reiche Beute, nicht für die Religion. Es offenbart die nüchterne Sicht des Täters, der davon lebt, zu töten. Musik Tag und Nacht werden Schanzen und Laufgräben gebaut. Die Söldner graben sich Kilometer um Kilometer an die befestigte Stadt heran. In den Gräben schützen sie sich durch schwere, mit Steinen gefüllte Körbe vor dem gegnerischen Kugelhagel. Musik Die Arbeit ist todbringend und voller Entbehrungen. Am Ende müssen die Männer fast rasend gewesen sein. Musik Menschenleben zählen nichts bei dem gefährlichen Unternehmen. Um jeden Preis will Tilli den Widerstand der Magdeburger brechen. Musik In der Stadt selbst beschwören die Eingeschlossenen den Weltuntergang herauf. Viele Gläubige sehen in der drohenden Eroberung, herbeigeführt durch den katholischen Antichrist, eine strafende Heimsuchung Gottes. Wenige Wochen vor der Zerstörung wird die Predigt im Dom dem Untergang der heiligen Stadt Jerusalem gewidmet. Als warnendes Beispiel für das magdeburgische Israel. Etwa 3000 Menschen suchen Zuflucht im Dom und bitten um göttlichen Beistand. Sie warten und bangen, bis es zur Katastrophe kommt. Rund 35.000 Magdeburger halten sich innerhalb der Stadtmauern auf, verbarrikadieren sich in Kirchen und Kellergewölben. Musik Am Abend des 19. Mai verstummt das Bombardement der kaiserlichen Kanonen. Ein Zeichen für den bevorstehenden Sturm. Am nächsten Morgen gibt Tilly den Befehl. Nur drei Stunden vergehen, bis die unterlegenen Verteidiger überwältigt sind. Musik Wie brachte man die Männer dazu, dieses lebensbedrohliche Wagnis einzugehen? Musik Der Sturm gegen die Mauern einer befestigten Stadt war extrem gefährlich und verlustreich. Deswegen versprach man den Söldnern häufig einen zusätzlichen Sturmsoldt als materielle Vergünstigung, damit sie den Sturm einmal, zweimal oder auch dreimal wagten. Doch blieb der Sturmsoldt häufig aus und stattdessen erklärte man den Soldaten die eroberte Stadt als Beute. Man ließ und gab die Stadt zur Plünderung frei. Einer von ihnen ist Peter Hagendorf. Dem eigenen Los zugewandt schildert unser Zeuge das Geschehen, ohne nachzudenken über den Sinn. Da bin ich mit stürmender Hand in die Stadt gekommen. Aber in der Stadt bin ich durch den Leib geschossen worden. Das ist meine Beute gewesen. Nachher bin ich in das Lager geführt worden. Halbtot. Musik Anstelle des verwundeten Hagendorf zieht seine Frau in die Stadt, um Beute zu machen. Die Söldner-Ehe ist eine Notgemeinschaft. Es herrscht Arbeitsteilung im Kampf ums Überleben. Eine Magdeburgerin weist ihr den Weg, um dem Inferno lebend zu entkommen. Ist nun das Geschrei ins Lager gekommen. Die Häuser fallen übereinander, sodass viele, die mausen wollen, darin müssen bleiben. So hat mich mein Weib mehr bekümmert als mein Schaden. Doch Gott hat sie behütet. Was uns der Söldner verschweigt, ist das Massaker, das sich in der Stadt ereignete. Die ausgestandene Angst, die Wunsch nach Beute, der psychische Druck, der sich nun verringerte, führte bei den Soldaten häufig zu einer Enthemmung, in der Exzess-Taten wie Vergewaltigung, wie Mord und Brandstiftung die Regel waren. Tillichs Soldaten laufen amok und legen Magdeburg in Schutt und Asche. Sie werfen brennende Fackeln durch die Fenster, lassen die Schutzsuchenden qualvoll verbrennen. 20.000 Magdeburger kommen bei dem Inferno ums Leben. Die Nachricht von dem Massaker löst Entsetzen in ganz Europa aus. Das Ausmaß des Grauens könne mit Worten nicht beschrieben und mit Tränen nicht beweint werden, so Augenzeugen der Katastrophe. So beispiellos war das Geschehen, dass die deutsche Sprache ein neues Wort dafür fand. Magdeburgisieren wurde zum Sinnbild größtmöglichen Schreckens. Das Institut für Presseforschung in Bremen. Hier wird die größte Sammlung von Nachrichtenblättern aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges aufbewahrt. Auf Mikrofilm gespeichert bezeugen sie das enorme Echo der ersten Zeitungen auf den Fall von Magdeburg. Erstmals wurden die neuen Informationsmedien auch propagandistisch genutzt. Die Toten schwammen gegen den Strom der Elbe, so ein Bericht. Sie schrien mit betenden Händen nach Gott und forderten Rache. Mancher Schreiber überhöhte die Schilderung der Ereignisse durch klassische Motive. Von Müttern ist die Rede, die mit ihren Kindern vor dem Feind in den Flammentod flüchteten. General Tilli raubte der keuschen Magde Jungfernschaft. Ein Sinnbild, das selbst im entlegensten Flecken in aller Munde war. Er habe ein entsprechend gedrückt Werk zu Gesicht bekommen, berichtet ein Dietmarscher Bauer. Ein Zeichen für die erstaunliche Breitenwirkung der ersten Printmedien. Was schuf diese teuflische Energie, die das Rad der Gewalt immer weiter antrieb, bis es zu solchen Exzessen kam? Die grausamste Rache der Sieger war die Vergewaltigung. Ein Akt totaler Machtdemonstration, auf dem eigentlich die Todesstrafe stand. Sexuelle Gewalt wurde von den Befehlshabern nach Eroberungen mit Sicherheit einkalkuliert, obwohl sie streng verboten war. Eine Rolle dabei mag gespielt haben, dass auch der militärischen Führung immer klar war, dass sich die Anspannungen durch einen Angriff, durch eine Eroberung, die die Soldaten aufgebaut hatten, irgendwo abbauen musste. Dazu gehört Plündern, dazu gehört Trinken, dazu gehört eben auch sexuelle Gewalt. Die Täter bleiben ungestraft, doch ihre Verbrechen erschüttern die Welt und beschwören den Ruf nach Vergeltung herauf. Als Rächer für die geschändete Jungfrau Magdeburg tritt Schwedenkönig Gustav Adolf auf den Plan. Ein Retter aus dem Norden werde kommen, um den Kaiser zu besiegen, so eine Prophezeiung. Die Propaganda verherrlicht ihn als Löwen aus Mitternacht. Mit seinem Schwert tritt er dem Drachen entgegen, dem Ungeheuer des Katholizismus. Ein ganzer Stab soll hinter der Imagekampagne des Königs gestanden haben. Sie macht ihn zum ersten Superstar der Mediengeschichte. Sie empfangen ihn wie den Messias, soll der entlassene Wallenstein über die Ankunft des Königs gesagt haben. Wer war dieser protestantische Glaubenskämpfer aus dem Norden? In der Leibrüstkammer im Schloss von Stockholm ist die Erinnerung an den König bis heute lebendig. Nur ausnahmsweise dürfen Scheinwerfer ihr Licht auf die empfindlichen Exponate richten. In dieser prächtigen Rüstung kämpfte der Herrscher auf Ritterturnieren. Er war ein Mann, der sich grandios zu inszenieren wusste. Diesen Spitzenkragen trug der charismatische Schwede auf einem Ball in Augsburg. Er soll so temperamentvoll mit einer Bürgerstochter getanzt haben, dass sie ihm die kostbare Bordüre zerriss. Sein letzter Besitz wird hier wie ein nationales Heiligtum aufbewahrt. Das Pferd, auf dessen Rücken Gustav Adolf in der Schlacht von Lützen, starb. Streif war sein Name. Es wurde im Trauerzug des siegreichen Kriegers mitgeführt. Diese blutbefleckten Tücher und Hemden zählen zu den ältesten Textilien der Welt, die vom Tod eines Königs erzählen. Nur einmal hat man sie den Vitrinen entnommen, um sein Ende zu erhellen. So ließ er sich darstellen, der Held aus dem Norden. Er war ein Mann mit göttlichem Antrieb und wikingerhaftem Tatendrang. Soweit wir wissen, war Gustav Adolf ein sehr gebildeter König. Er sprach mehrere Fremdsprachen, war schon früh ausgebildet worden in politischen Wissenschaften, aber auch im Militärwesen. Seine persönliche Art war, so wird gesagt, sehr offen, sehr warmherzig auch, insgesamt sehr charismatisch, aber wohl auch sehr heißblütig, dass er manchmal ein bisschen gestoppt werden musste in seinem Tun. Als Lichtgestalt betritt er die Bühne des Krieges. Sein gefährlichster Gegner sollte der düstere Feldherr Albrecht von Wallenstein werden. Wird der Kaiser den entlassenen Generalissimus für den Kampf gegen die schwedische Streitmacht zurückholen? Als Herzog von Mecklenburg reicht Wallensteins Schatten bis nach Skandinavien. Eine Provokation für Gustav Adolf. Als der Löwe zum Sprung über das Meer ansetzt, treiben ihn handfeste Machtinteressen. Er ahnt nicht, dass der Kaiser sich ausgerechnet im Augenblick seiner Landung von Wallenstein trennt. Keine Stunde hätte für die Eroberungspläne des frommen Wikingers günstiger sein können. Dieses Wrack aus der schwedischen Kriegsflotte wurde 1961 im Hafen von Stockholm geborgen. Die Vasa war das Paradeschiff des Königs. Es vermittelt bis heute einen imposanten Eindruck von der Armada, mit der Gustav Adolf auf Usedom landete. Für die Invasion vom Meer rüstete sich der Schwede mit tonnenschweren Geschützen. Nach seiner Landung auf Usedom sucht Gustav Adolf zunächst Verbündete im protestantischen Norden. Nach dem Fall von Magdeburg beginnt sein legendärer Siegeszug durch ganz Deutschland. Der Kriegerkönig erweist sich als kluger Stratege. Seine Innovationen sind leichte, bewegliche Kanonen und flexible Einheiten auf den Schlachtfeldern. Bei Breitenfeld erringt er den ersten Sieg über die kaiserlich-katholische Armee. Die Menschen verklären ihn als Kreuzritter des Protestantismus. Schlagartig setzt er den Rekatholisierungsplänen des Kaisers ein Ende. Wie reagiert der abgesetzte Wallenstein angesichts der schwedischen Erfolge? Von Heeres-Sabotage ist die Rede, als er den ausgehungerten Truppen des Kaisers Getreide aus seinen Ländereien verweigert. Der Feldherr eröffnet den Poker um die Macht. Ohne ihn ist der Kaiser verloren. Nur er kann dem Helden aus Mitternacht den Zauber rauben und ihn aus dem Reich jagen. In Augsburg statuierte der Kaiser ein Exempel gewaltsamer Rekatholisierung. Nun sollte die Stadt zum Symbol für die Befreiung durch Gustav Adolf werden. Auf dem Marktplatz lagern seine Soldaten unter freiem Himmel. Die Menschen grüßen sie als Engel und Erlöser. Mit heller Stimme singen die Männer Psalmen. Ihren heldenhaften König feiern sie als Vollstrecker eines göttlichen Plans. Die Stadt des Religionsfriedens hat einen neuen Heiligen. Die befreiten Glaubensbrüder feiern den Schwedenkönig als zweiten Martin Luther. Nach seinem feierlichen Einzug in die Stadt führt sein Weg nach Sankt Anna, der Hauptkirche der Protestanten. Hier hört er die Predigt und es wird das Tedeum Laudamus gesungen. Es ist der Höhepunkt seiner Laufbahn. Hier hält der König eine leidenschaftliche Rede für den Frieden der Religionen. Als Gustav Adolf nach Augsburg kam, fühlten sich die Leute befreit von den Bedrängungen des Restitutionsaddikts. Man hat Kinder nach ihm benannt. Man hat ihn beobachtet, wie er auf dem Frohnhof bei der bischöflichen Residenz Ball spielt. Und man hat sich über seine heftige Art zu tanzen und Liebesbezeugungen anzubringen gewundert. Und ihn als Helden aus Mitternacht bewundert. Er selbst hat sich auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn wahrscheinlich als ein göttliches Werkzeug gefühlt. Niemand konnte voraussehen, welche märchenhaften Erfolge ihn bis nach Süddeutschland tragen würden. Er verkörpert den Mythos des Retters, der aus der Geschichte kommt. Und von einem Moment auf den anderen die Dinge völlig zum Neuen und auch zum Guten aus der Sicht der Augsburger wendet. Ein einzigartiger Propaganda-Feldzug begleitet die Befreiung von Augsburg. Flugblätter zeigen Gustav Adolf, wie er die katholischen Bestien mit gewaltigen Schwerthieben erledigt. Man feiert ihn als neuen Cäsaren und Herrscher über die Welt. Die Triumphe des Schwedenkönigs alarmieren den Wiener Hof. Die feindliche Invasion in die Erblande der Habsburger scheint unaufhaltsam. Ferdinand II. sieht nur einen Ausweg, um seinen Thron und die Monarchie zu retten. Nur einer kann dem Schweden Paroli bieten. Wallenstein. Der machtsüchtige Feldherr weiß die Not des Kaisers zu nutzen. Er will die Grenzen des Militärischen sprengen und selbst zum Staatsmann aufsteigen. Wallenstein fordert die alleinige Entscheidungsgewalt über Krieg und Frieden. Gustav Adolf erobert eine Stadt nach der anderen. Wird dem Kriegerkönig der Durchmarsch bis nach Wien gelingen? Ganz Bayern will er der protestantischen Machtsphäre einverleiben oder es ruinieren? Hier wird die Macht zu einer Versuchung, der Gustav Adolf nicht länger widerstehen kann. Im flackernden Schein brennender Dörfer verzerrt sich das Bild des Messias zum fressenden Räuber. Erstmals leistet die Zivilbevölkerung erbitterten Widerstand. Bauern üben Rache für die Gräueltaten der Soldadesker, die auf Befehl ihres Königs mordet und plündert. Hier passierte es das erste Mal, dass man ihn nicht als Befreier und als Retter begrüßte. Die bayerischen Bauern übten den Aufstand, die wollten gar nicht befreit werden von Gustav Adolf, wie das bisher in Augsburg und in Würzburg der Fall gewesen war. Und hier kommt nun der Machtmensch durch. Hier ist er ja fast schon gekränkt und er reagiert mit aller Schärfe und mit aller Härte gegen diese Bauernaufstände in Bayern. Bet, bet, morgen kommt der Schweb. Im katholischen Bayern zeigt der fromme Wikinger erstmals sein zweites Gesicht. Jetzt betritt Albrecht von Wallenstein erneut den Schauplatz des Krieges. Mit seinen Elite-Soldaten jagt er den Schweden nach. Was nun folgte, sollte als Kampf der Giganten in die Geschichte eingehen. Mit seinem hunderttausendköpfigen Heer spielt Wallenstein ein zweites Mal den Retter der Monarchie. Vor Nürnberg nimmt der Zweikampf seinen Anfang. Die Stadt erlebt die größte Belagerung ihrer Geschichte. Gustav Adolf hat die Hochburg der Waffenmanufaktur erobert und verschanzt sich mit seiner Streitmacht hinter den mächtigen Verteidigungsmauern. In offener Feldschlacht ist er Wallenstein nicht gewachsen. Hier will er auf Verstärkung warten und die Stadt unbezwingbar machen. In nur wenigen Tagen entsteht rund um Nürnberg ein zweiter Festungsring. Das Terrain, auf dem die Schweden kampieren, ist größer als die Stadt selbst. 20.000 Soldaten, zwangsrekrutierte Bauern und freiwillige Helfer machen die Stadt uneinnehmbar, bauen mächtige Schanzen und tiefe Gräben. Nach den Plänen Gustav Adolfs und seiner Ingenieure entsteht ein Glanzstück militärischer Verteidigung. Doch wie lange kann er hier durchhalten? Vor den Toren der Stadt errichtet Albrecht von Wallenstein das größte Feldlager der Militärgeschichte. Sein Ziel ist es, den schwedischen Feind von allen Nachschubwegen abzuschneiden und ihn in der eroberten Stadt buchstäblich auszuhungern. Ein Unterfangen, das logistischen Weitblick erfordert. Rund um Nürnberg muss er das Terrain unter seine Kontrolle bringen. Eine genaue Karte von Wallensteins Festungslandschaft ist bis heute im Nürnberger Staatsarchiv erhalten geblieben. Der sogenannte Trechselplan vermittelt einen präzisen Einblick in den Aufbau eines Militärlagers. Wie lebte der Generalissimus in seinem gigantischen Camp? Aus dem Trechselplan geht hervor, dass sein Quartier im Süden des Lagers gut abgeriegelt war. Er selbst wohnte in einem zerlegbaren, transportablen Holzfertighaus. Er hatte seinen Leibarzt dabei, seine Pferde waren in Zelten untergebracht und er selbst dürfte keinen Mangel gelitten haben. Seine Soldaten aber müssen Knochenarbeit leisten. In nur drei Tagen heben rund 60.000 Landsknechte und Trossleute ein 16 Kilometer langes Grabensystem aus. Ganze Wälder haben sie für das Lager schon abgeholzt. Männer, Frauen und Kinder schütten Erdwelle auf, bauen Hütten und Schanzen. Teils mit bloßen Händen und den Schürzen bewegen sie 64.000 Kubikmeter Erdreich, eine Fuhrleistung von 21.000 Lastwagen. Im Lager grassierte die rote Ruhr. Das Wasser musste aus Flüssen und Bächen genommen werden, die selber verseucht waren. Und als die Nürnberger Plünderer nach dem Abzug der Armee Wallensteins nach 70 Tagen ins Lager kamen, schlug ihnen ein pestilenzartiger Gestank entgegen. Er kam von den gefallenen Tieren und von den Latrinen, die täglich mit mindestens vier Tonnen menschlichem Abfall beschickt worden waren. Dazu war alles bedeckt mit Fliegen und riesige Rudel von Ratten liefen durch das Lager. Historiker haben Wallensteins Lager im Museum Zirndorf als Modell wieder aufgebaut. Luftige Zelte gab es nur für die hohen Offiziere. Aber tausende von einfachen Landsknechten und Trossleuten mussten in laubbedeckten Erdhütten hausen. Um Platz für die wandernde Stadt zu schaffen, wurde eine intakte Landschaft aus Wäldern, Dörfern und Feldern dem Erdboden gleichgemacht. In Nürnberg führt das Kräftemessen des Generalissimus mit dem Schwedenkönig für die eingeschlossenen Bürger zu einer bedrohlichen Situation. Die Menschen sterben an Hunger und Seuchen. Es ist ein makabres Spiel mit der Zeit. Vor der Stadt wartet und lauert Wallenstein. Und die schwedischen Soldaten werden einer nach dem anderen dahingeraft. Und da kampierten nun 70 bis 100.000 Menschen hinter den Schanzen in unvorstellbaren Zuständen. So starben die Menschen dahin wie die Fliegen, vor allem die Kinder. Am schlimmsten aber betraf es die schwedischen Soldaten, die in die Nürnberger Lazarette gebracht worden waren. Von ihnen starben in dieser Zeit 19.000, das waren rund 300 am Tag. Zeitweise musste man sie wie Scheitholz aufschlichten, weil man mit dem Ausheben der Massengräber nicht mehr nachkam. Gustav Adolf hat sich in eine Falle manövriert. Doch der König gibt keine Schwäche zu erkennen. Nach zwei Monaten befiehlt er den rettenden Angriff und fordert Wallenstein zum ersten Duell. Der Schwede wagt den Sturm auf das Lager. Mit großer Furia, so die Berichte, rücken seine Musketiere vor. Doch nichts verläuft wie geplant. Die Soldaten geraten in das Kreuzfeuer der gegnerischen Kanonen. Wallenstein zwingt den Schweden zur Flucht. Es habe sich der König bei dieser Impreza gewaltig die Hörner abgestoßen. Der ganze Wald liege voll mit Toten, berichtet Wallenstein nach der Schlacht an den Kaiser. Noch heute sind hier Reste der Befestigungsanlagen als grasbewachsene Hügel in der Landschaft zu erkennen. Lassen sich auf dem Gelände rund um die feste Zirndorf auch Bleikugeln aufspüren, die vom Überfall der Schweden auf Wallensteins Lager zeugen? Ortskundige können noch heute rekonstruieren, wo der Angriff erfolgte. Tatsächlich lässt sich mit einem Metalldetektor etwas aufspüren. Tonnen von Blei wurden hier in der Schlacht verschossen. Etwa 40 Zentimeter tief in der Erde vergraben, finden wir eine fast sechs Pfund schwere Kanonenkugel aus dem 30-jährigen Krieg. Wie viele Soldaten mag dieses Geschoss in den Tod gerissen haben? Selbst mit Musketenkugeln ist der Boden bis heute durchsetzt. An ihrer Form können Munitionsexperten erkennen, ob sie einen Menschen getroffen haben. Sie werden beim Aufprall deformiert. Stumme Zeugnisse vom Grauen der Schlacht. Wallenstein ist es gelungen, den ruhmreichsten Heerführer seiner Zeit mit seiner waffenstarrenden Streitmacht vernichten zu schlagen. Doch der König scheint unbesiegbar. Schon zwei Monate später sollte er seinen größten Gegner erneut zum Duell fordern. Folgen wir zunächst dem Weg der einfachen Landsknechte, von denen viele in dieser Zeit die Fahnen wechseln und wie der Söllner Hagendorf in schwedische Gefangenschaft geraten. Seit zehn Jahren kämpft er im 30-jährigen Krieg. Vier Kinder hat seine Frau ihm auf den Feldzügen geboren und alle hat er in dem Elend wieder verloren. Nur die nummerierten Kreuze in seinem Tagebuch erinnern an das Sterben. Wie ein Buchhalter notiert er sein Leben. Über das, was er fühlt, spricht er nicht. Dem Töchterlein mit Namen Barbara folgt auch die junge Mutter nach endlosen Strapazen in den Tod. Gott verleihe ihr samt den Kindern eine fröhliche Auferstehung. Amen. In dem ewigen, seligen Leben wollen wir einander wiedersehen. Im bayerischen Pappenheim gehörte der Söldner zur Besatzung der Burg. Hier begeben wir uns auf die Suche nach den Spuren seines Lebens und seiner Identität. Hier ist mein Weib einer jungen Tochter genesen. Gott verleihe ihr ein langes Leben. Ihr Name ist gewesen Margareta. Im historischen Stadtkern liegt das evangelisch-lutherische Pfarramt, das bis heute Kirchenbücher aus dem Dreißigjährigen Krieg beherbergt. Ein Ahnenforscher aus Pappenheim zeigt uns die mehr als 350 Jahre alten Taufbücher. Es grenzt an ein Wunder, dass sie in den Wirren des Krieges erhalten blieben. Der Söldner nennt als Geburtsdatum seiner Tochter den 3. November 1645. In den ellenlangen Taufregistern lassen wir prüfen, ob für diesen Tag die Geburt eines Mädchens namens Margareta verzeichnet ist. Tatsächlich wird er fündig. Zwar lautet der Name Anna Margret, doch als Kindesmutter wird eine gewisse Anna-Maria Buchlerin genannt. Die zweite Frau unseres Söldners. In dem Kirchenbuch ist auch der Vater verzeichnet. Peter Hagendorf, der Soldat, der ein einzigartiges Tagebuch hinterließ, aber seinen Namen darin nicht nannte. Erst diese Nachforschungen haben dem anonymen Schreiber seine Identität verliehen. Nach dem Verlust seiner ersten Familie zieht Hagendorf zunächst allein mit den Schweden weiter. Wie viele Gefährten berauscht er sich in der grauen Tristesse des Söldnerlebens am flüchtigen Glück der Lagergesellschaft. Trinken, würfeln und gelegentlich eine Frau als Beute. Habe ein hübsches Mädellein bekommen. Zwölf Taler an Geld, Kleider und Weißzeug genug. Alles ist Beute gewesen. Ist Hagendorf nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer neuen Gefährtin? Es ist für einen Soldaten eigentlich sehr unpraktikabel, sich mit Gewalt eine neue Partnerin zu suchen, mit der er längere Zeit zusammenleben möchte, weil er darauf angewiesen ist, eine Vertrauensbeziehung zu der Frau aufzubauen. Das bedeutet, als Paargemeinschaft, als Beutegemeinschaft zu leben, ist nicht möglich, wenn man eine Frau entführt und möglicherweise auch noch sexuell misshandelt. Außerdem war es für Soldaten gar nicht möglich, in dieser mobilen Lagergesellschaft, in der man ständig von Ort zu Ort zog, rund um die Uhr eine Gefangene zu bewachen, sodass es sehr viele Möglichkeiten zur Flucht gab. Wie wir sind aufgebrochen, habe ich sie wieder zurückgeschickt. Ob er auch bei den Trosshuren ein Intermezzo in der Monotonie seines Daseins suchte, verschweigt uns der Söldner. Viele Frauen verkauften ihren Körper an die Soldaten. Als Strategie des Überlebens im Krieg. Nur zwei Monate nach der Niederlage von Nürnberg scheint Gustav Adolf stärker als zuvor. Er weiß, dass Wallenstein ihm jetzt zahlenmäßig unterlegen ist, will ihn in offener Feldschlacht in die Knie zwingen. Es ist ihm gelungen, seine versprengten Truppen zusammenzuführen und neue Soldaten zu rekrutieren. Eigentlich ist der Winter für den Krieg tabu, doch der König hält sich nicht an ungeschriebene Gesetze. Keinen Fußbreit werde er weichen und lieber krepieren, verkündet der Generalissimus, als auf dem Schlachtfeld von Lützen der Kampf der Giganten anbricht. Für Wallenstein ist es die persönliche Entscheidungsschlacht. Er will den Löwen endgültig besiegen. Das Duell nimmt ein jähes Ende. Mitten im Gefecht gerät Gustav Adolf in eine Schwadron kaiserlicher Reiter. Er wird von Schüssen getroffen, kann sein Pferd nicht mehr führen. Einer von Wallensteins Männern soll die Todeskugel abgefeuert haben. Es ist das tragische Ende eines Königs, der als Glaubensführer selbst mit in den Kampf zog. Die Nachricht vom mysteriösen Tod Gustav Adolfs sorgt für Aufruhr in ganz Europa. In den Zeitungen überschlagen sich die Meldungen. Es ist nach Magdeburg das größte Medienereignis des Dreißigjährigen Krieges. Die protestantische Seite versucht, den König publizistisch am Leben zu erhalten. Ihre königliche Majestät sei wohl auf, heißt es in einem Bericht, und nur in den linken Arm geschossen worden. Die Propaganda läuft auf Hochtouren. Gustav Adolf werde zu Leipzig den Überrest von Wallensteins Armee ganz umbringen. Gleichzeitig kursieren Gerüchte über ein Attentat. Wer waren die Drahtzieher? Fast 400 Jahre danach suchen wir in Stockholm nach den Hintergründen der Tat. In der Leibrüstkammer im königlichen Schloss beginnt die Recherche. Einen Tag lang dürfen wir hier filmen, wie vor 20 Jahren der berühmte Wissenschaftsfotograf Lennart Nilsson, der den Todesfall untersuchte. Die Beweisstücke für den gewaltsamen Tod des Königs werden hier wie heilige Reliquien aufbewahrt. Den ledernen Harnisch überbrachte man nach der Schlacht dem Kaiser als Beute. Erst 1920 gelangte er zurück nach Schweden. Lässt sich die Tat anhand von Stichspuren und Einschusslöchern rekonstruieren? Kam der König durch das Schwert, durch eine verirrte Musketenkugel oder durch die gezielte Attacke eines Todesschützen ums Leben? Der Schuss, der den König tötete. Er traf ihn von hinten, so ein Augenzeugenbericht, ging durch das Elchhautkoller und durchlöcherte das Zwerchfell in Höhe der dritten Rippe. Wie könnte sich nachweisen lassen, ob das Einschussloch von einer Musketenkugel stammte, die den König zufällig aus weiter Ferne traf? Oder von einer Reiterpistole, die aus nächster Nähe abgefeuert wurde? Bei der Bundeswehr in Meppen demonstrieren Schussexperten, wie der historische Kriminalfall gelöst werden kann. Durch Experimente mit einer authentischen Waffe aus der Zeit des 30-jährigen Krieges prüfen die Techniker, wie weit die Wolken aus Pulvergas reichten. Ein Nahschuss aus einer Pistole hätte Spuren von Schwarzpulver an der Einschussstelle hinterlassen müssen. Pulverreste am Lederkoller wären also ein stichhaltiges Indiz für die Mordtheorie. Die Waffentechniker beschießen einen Block aus Gelatine, deren Festigkeit menschlicher Muskulatur entspricht. Die Probe wird mit Leder bespannt. Aus einer genau festgelegten Entfernung wird der Schuss abgefeuert. Die Einschussstelle soll im Labor untersucht und die chemische Zusammensetzung nachweisbarer Partikel analysiert werden. Jede weitere Verunreinigung müssen die Forscher peinlichst vermeiden. Das Leder wird rund um das Loch in Größe einer 2-Euro-Münze ausgestanzt und für den Schwarzpulvertest auf einen Träger aufgebracht. Im Raster-Elektronen-Mikroskop erzeugen die Wissenschaftler ein Bild der Probe. Gleichzeitig können die Elemente, die darin vorkommen, exakt bestimmt werden. Schwarzpulver enthält Kalium und Schwefel im Verhältnis 2 zu 1. Danach wird hier gefahndet. Für die Wissenschaftler war dies der spannendste Moment, als sie das echte Koller untersuchten. Das Ergebnis? Kalium und Schwefel. Die Bundeswehrtechniker machen den Befund noch brisanter. Der Todesschütze kann nicht weiter als 6 Meter entfernt gewesen sein. Weiter reichten die Wolken aus Pulvergas nicht. Der Schwedenkönig ist aus nächster Nähe erschossen worden. Daran besteht kein Zweifel mehr. Unter Verdacht steht ein kaiserlicher Kürassier, der mehrmals die Fahnen wechselte. Wie genau Gustav Adolf ums Leben gekommen ist, wird sicher für immer ein Geheimnis bleiben. Festzuhalten bleibt, dass sein Tod ihn zum Märtyrer machte und ein regelrechter Kult um die Person Gustav Adolfs entstand. Wallenstein steht nach dem Ende seines größten Gegners im Zenit seiner Macht. Doch schon bald muss er erkennen, dass der Krieg mit militärischen Mitteln nicht zu beenden ist. Für den Feldherrn ist mit dem Ableben des Schwedenkönigs nichts gewonnen. Die Propaganda wirkt über seinen Tod hinaus. Mit Durchhalteparolen ruft die schwedische Seite zur Rache für ihren Helden auf. Unter neuem Kommando gehen die Kämpfe weiter. Lauter Glück und lauter Sieg folget ihm und seinem Krieg. Mit diesem Schlachtruf erinnert die protestantische Seite an die göttliche Mission des Königs. Hätte er nicht in den Krieg eingegriffen, wäre der Protestantismus in Deutschland vielleicht ausgelöscht worden. Nach der Schlacht von Lützen wagt Albrecht von Wallenstein die offene Kraftprobe mit Wien. Will der Feldherr auf dem Gipfel der Macht den Kaiser stürzen? Hat er es selbst auf die Krone abgesehen? Ferdinand bezichtigt Wallenstein des Hochverrats und fällt das Todesurteil gegen den Retter der Monarchie. Wissenschaftler enthüllen das Ende des Generalissimus. Was geschah in der Mordnacht von Eger? 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 Die protestantische Seite versucht, den König publizistisch am Leben zu erhalten. Ihre königliche Majestät sei wohlauf, heißt es in einem Bericht, und nur in den linken Arm geschossen worden. Die Propaganda läuft auf Hochtouren. Gustav Adolf werde zu Leipzig den Überrest von Wallensteins Armee ganz umbringen. Gleichzeitig kursieren Gerüchte über ein Attentat. Wer waren die Drahtzieher? Fast 400 Jahre danach suchen wir in Stockholm nach den Hintergründen der Tat. In der Leibrüstkammer im königlichen Schloss beginnt die Recherche. Einen Tag lang dürfen wir hier filmen, wie vor 20 Jahren der berühmte Wissenschaftsfotograf Lennart Nilsson, der den Todesfall untersuchte. Die Beweisstücke für den gewaltsamen Tod des Königs werden hier wie heilige Reliquien aufbewahrt. Den ledernen Harnisch überbrachte man nach der Schlacht dem Kaiser als Beute. Erst 1920 gelangte er zurück nach Schweden. Lässt sich die Tat anhand von Stichspuren und Einschusslöchern rekonstruieren? Kam der König durch das Schwert, durch eine verirrte Musketenkugel oder durch die gezielte Attacke eines Todesschützen ums Leben? Der Schuss, der den König tötete. Er traf ihn von hinten, so ein Augenzeugenbericht, ging durch das Elchhautkoller und durchlöcherte das Zwerchfell in Höhe der dritten Rippe. Wie könnte sich nachweisen lassen, ob das Einschussloch von einer Musketenkugel stammte, die den König zufällig aus weiter Ferne traf? Oder von einer Reiterpistole, die aus nächster Nähe abgefeuert wurde? Bei der Bundeswehr in Meppen demonstrieren Schussexperten, wie der historische Kriminalfall gelöst werden kann. Durch Experimente mit einer authentischen Waffe aus der Zeit des 30-jährigen Krieges prüfen die Techniker, wie weit die Wolken aus Pulvergas reichten. Ein Nahschuss aus einer Pistole hätte Spuren von Schwarzpulver an der Einschussstelle hinterlassen müssen. Pulverreste am Lederkoller wären also ein stichhaltiges Indiz für die Mordtheorie. Die Waffentechniker beschießen einen Block aus Gelatine, deren Festigkeit menschlicher Muskulatur entspricht. Die Probe wird mit Leder bespannt. Aus einer genau festgelegten Eroberung mit Sicherheit einkalkuliert, obwohl sie streng verboten war, eine Rolle dabei mag gespielt haben, dass auch der militärischen Führung immer klar war, dass sich die Anspannungen durch einen Angriff, durch eine Eroberung, die die Soldaten aufgebaut hatten, irgendwo abbauen musste. Dazu gehört Plündern, dazu gehört Trinken, dazu gehört eben auch sexuelle Gewalt. Die Täter bleiben ungestraft, doch ihre Verbrechen erschüttern die Welt und beschwören den Ruf nach Vergeltung herauf. Als Rächer für die geschändete Jungfrau Magdeburg tritt Schwedenkönig Gustav Adolf auf den Plan. Ein Retter aus dem Norden werde kommen, um den Kaiser zu besiegen, so eine Prophezeiung. Die Propaganda verherrlicht ihn als Löwen aus Mitternacht. Mit seinem Schwert tritt er dem Drachen entgegen, dem Ungeheuer des Katholizismus. Ein ganzer Stab soll hinter der Imagekampagne des Königs gestanden haben. Sie macht ihn zum ersten Superstar der Mediengeschichte. Sie empfangen ihn wie den Messias, soll der entlassene Wallenstein über die Ankunft des Königs gesagt haben. Wer war dieser protestantische Glaubenskämpfer aus dem Norden? In der Leibrüstkammer im Schloss von Stockholm ist die Erinnerung an den König bis heute lebendig. Nur ausnahmsweise dürfen Scheinwerfer ihr Licht auf die empfindlichen Exponate richten. In dieser prächtigen Rüstung kämpfte der Herrscher auf Ritterturnieren. Er war ein Mann, der sich grandios zu inszenieren wusste. Diesen spitzen Kragen trug der charismatische Schwede auf einem Ball in Augsburg. Er soll so temperamentvoll mit einer Bürgerstochter getanzt haben, dass sie ihm die kostbare Bordüre zerriss. Sein letzter Besitz wird hier wie ein nationales Heiligtum aufbewahrt. Das Pferd, auf dessen Rücken Gustav Adolf in der Schlacht von Lützen starb. Streif war sein Name. Es wurde im Trauerzug des siegreichen Kriegers mitgeführt. Diese blutbefleckten Tücher und Hemden zählen zu den ältesten Tickern. Die Triumphe des Schwedenkönigs alarmieren den Wiener Hof. Die feindliche Invasion in die Erblande der Habsburger scheint unaufhaltsam. Ferdinand II. sieht nur einen Ausweg, um seinen Thron und die Monarchie zu retten. Nur einer kann dem Schweden Parodie bieten. Wallenstein. Der machtsüchtige Feldherr weiß die Not des Kaisers zu nutzen. Er will die Grenzen des Militärischen sprengen und selbst zum Staatsmann aufsteigen. Wallenstein fordert die alleinige Entscheidungsgewalt über Krieg und Frieden. Gustav Adolf erobert eine Stadt nach der anderen. Wird dem Kriegerkönig der Durchmarsch bis nach Wien gelingen? Ganz Bayern will er der protestantischen Machtsphäre einverleiben oder es ruinieren? Hier wird die Macht zu einer Versuchung, der Gustav Adolf nicht länger widerstehen kann. Im flackernden Schein brennender Dörfer verzerrt sich das Bild des Messias zum fressenden Räuber. Erstmals leistet die Zivilbevölkerung erbitterten Widerstand. Bauern üben Rache für die Gräueltaten der Soldadesker, die auf Befehl ihres Königs mordet und plündert. Hier passierte es das erste Mal, dass man ihn nicht als Befreier und als Retter begrüßte. Die bayerischen Bauern übten den Aufstand, die wollten gar nicht befreit werden von Gustav Adolf, wie das bisher in Augsburg und in Würzburg der Fall gewesen war. Und hier kommt nun der Machtmensch durch. Hier ist er ja fast schon gekränkt. Und er reagiert mit aller Schärfe und mit aller Härte gegen diese Bauernaufstände in Bayern. Beet, beet, morgen kommt der Schweb. Im katholischen Bayern zeigt der fromme Wikinger erstmals sein zweites Gesicht. Jetzt betritt Albrecht von Wallenstein erneut den Schauplatz des Krieges. Mit seinen Elite-Soldaten jagt er den Schweden nach. Was nun folgte, sollte als Kampf der Giganten in die Geschichte eingehen. Mit seinem hunderttausendköpfigen Heer spielt Wallenstein ein zweites Mal den Retter der Monarchie. Vor Nürnberg nimmt der Zweikampf seinen Anfang. Die Stadt erlebt die größte Belagerung ihrer Geschichte. Gustav Adolf hat die Hochburg. Wallenstein ist es gelungen, den ruhmreichsten Heerführer seiner Zeit mit seiner waffenstarrenden Streitmacht vernichtend zu schlagen. Doch der König scheint unbesiegbar. Schon zwei Monate später sollte er seinen größten Gegner erneut zum Duell fordern. Folgen wir zunächst dem Weg der einfachen Landsknechte, von denen viele in dieser Zeit die Fahnen wechseln und wie der Söllner Hagendorf in schwedische Gefangenschaft geraten. Seit zehn Jahren kämpft er im Dreißigjährigen Krieg. Vier Kinder hat seine Frau ihm auf den Feldzügen geboren und alle hat er in dem Elend wieder verloren. Nur die nummerierten Kreuze in seinem Tagebuch erinnern an das Sterben. Wie ein Buchhalter notiert er sein Leben. Über das, was er fühlt, spricht er nicht. Dem Töchterlein mit Namen Barbara folgt auch die junge Mutter nach endlosen Strapazen in den Tod. Gott verleihe ihr samt den Kindern eine fröhliche Auferstehung. Amen. In dem ewigen, seligen Leben wollen wir einander wiedersehen. Im bayerischen Pappenheim gehörte der Söldner zur Besatzung der Burg. Hier begeben wir uns auf die Suche nach den Spuren seines Lebens und seiner Identität. Hier ist mein Weib einer jungen Tochter genesen. Gott verleihe ihr ein langes Leben. Ihr Name ist gewesen Margareta. Im historischen Stadtkern liegt das evangelisch-lutherische Pfarramt, das bis heute Kirchenbücher aus dem Dreißigjährigen Krieg beherbergt. Ein Ahnendforscher aus Pappenheim zeigt uns die mehr als 350 Jahre alten Taufbücher. Es grenzt an ein Wunder, dass sie in den Wirren des Krieges erhalten blieben. Der Söldner nennt als Geburtsdatum seiner Tochter den 3. November 1645. In den ellenlangen Taufregistern lassen wir prüfen, ob für diesen Tag die Geburt eines Mädchens namens Margreta verzeichnet ist. Tatsächlich wird er fündig. Zwar lautet der Name Anna Margret, doch als Kindesmutter wird eine gewisse Anna-Maria Buchlerin genannt. Die zweite Frau unseres Söldners. In dem Kirchenbuch ist auch der Vater verzeichnet. Peter Hagendorf, der Soldat, der ein einzigartiges Tagebuch hinterließ, aber seinen Namen darin nicht nannte. Erst diese Nachforschungen haben dem anonymen Schreiber seine Ideen. Rudel von Ratten liefen durch das Lache. Historiker haben Wallensteins Lager im Museum Zirndorf als Modell wieder aufgebaut. Luftige Zelte gab es nur für die hohen Offiziere. Aber tausende von einfachen Landsknechten und Trossleuten mussten in laubbedeckten Erdhütten hausen. Um Platz für die wandernde Stadt zu schaffen, wurde eine intakte Landschaft aus Wäldern, Dörfern und Feldern dem Erdboden gleichgemacht. In Nürnberg führt das Kräftemessen des Generalissimus mit dem Schwedenkönig für die eingeschlossenen Bürger zu einer bedrohlichen Situation. Die Menschen sterben an Hunger und Seuchen. Es ist ein makabres Spiel mit der Zeit. Vor der Stadt wartet und lauert Wallenstein. Und die schwedischen Soldaten werden einer nach dem anderen dahin gerafft. Und da kampierten nun 70.000 bis 100.000 Menschen hinter den Schanzen in unvorstellbaren Zuständen. So starben die Menschen dahin wie die Fliegen, vor allem die Kinder. Am schlimmsten aber betraf es die schwedischen Soldaten, die in die Nürnberger Lazarette gebracht worden waren. Von ihnen starben in dieser Zeit 19.000, das waren rund 300 am Tag. Zeitweise musste man sie wie Scheitholz aufschlichten, weil man mit dem Ausheben der Massengräber nicht mehr nachkam. Gustav Adolf hat sich in eine Falle manövriert. Doch der König gibt keine Schwäche zu erkennen. Nach zwei Monaten befiehlt er den rettenden Angriff und fordert Wallenstein zum ersten Duell. Der Schwede wagt den Sturm auf das Lager. Mit großer Furia, so die Berichte, rücken seine Musketiere vor. Doch nichts verläuft wie geplant. Die Soldaten geraten in das Kreuzfeuer der gegnerischen Kanonen. Wallenstein zwingt den Schweden zur Flucht. Es habe sich der König bei dieser Impreza gewaltig die Hörner abgestoßen. Der ganze Wald liege voll mit Toten, berichtet Wallenstein nach der Schlacht an den Kaiser. Noch heute sind hier Reste der Befestigungsanlagen als grasbewachsene Hügel in der Landschaft zu erkennen. Lassen sich auf dem Gelände rund um die feste Zirndorf auch Bleikugeln aufspüren, die vom Überfall der Schweden auf Wallensteins Lager zeugen? Ortskundige können noch heute rekonstruieren, wo der Angriff erfolgte. Tatsächlich lässt sich mit einem Metalldetektor etwas aufspüren. Tonnen von Blei wurden hier in der Schlacht verschossen. Etwa 40 Zentimeter tief in der Erde vergraben, finden wir eine fast sechs Pfund schwere Kanonenkugel aus dem 30-jährigen Krieg. Die Arbeit ist todbringend und voller Entbehrungen. Am Ende müssen die Männer fast rasend gewesen sein. Menschenleben zählen nichts bei den gefährlichen Unternehmen. Um jeden Preis will Tilli den Widerstand der Magdeburger brechen. In der Stadt selbst beschwören die Eingeschlossenen den Weltuntergang herauf. Viele Gläubige sehen in der drohenden Eroberung, herbeigeführt durch den katholischen Antichrist, eine strafende Heimsuchung Gottes. Wenige Wochen vor der Zerstörung wird die Predigt im Dom dem Untergang der heiligen Stadt Jerusalem gewidmet. Als warnendes Beispiel für das magdeburgische Israel. Etwa 3000 Menschen suchen Zuflucht im Dom und bitten um göttlichen Beistand. Sie warten und bangen, bis es zur Katastrophe kommt. Rund 35.000 Magdeburger halten sich innerhalb der Stadtmauern auf, verbarrikadieren sich in Kirchen und Kellergewölben. Am Abend des 19. Mai verstummt das Bombardement der kaiserlichen Kanonen. Ein Zeichen für den bevorstehenden Sturm. Am nächsten Morgen gibt Tilli den Befehl. Nur drei Stunden vergehen, bis die unterlegenen Verteidiger überwältigt sind. Wie brachte man die Männer dazu, dieses lebensbedrohliche Wagnis einzugehen? Der Sturm gegen die Mauern einer befestigten Stadt war extrem gefährlich und verlustreich. Deswegen versprach man den Söldnern häufig einen zusätzlichen Sturmsoldt als materielle Vergünstigung, damit sie den Sturm einmal, zweimal oder auch dreimal wagten. Doch blieb der Sturmsoldt häufig aus und stattdessen erklärte man den Soldaten die eroberte Stadt als Beute. Man ließ und gab die Stadt zur Plünderung frei. Einer von ihnen ist Peter Hagendorf. Dem eigenen Los zugewandt schildert unser Zeuge das Geschehen, ohne nachzudenken über den Sinn. Da bin ich mit stürmender Hand in die Stadt gekommen. Aber in der Stadt bin ich durch den Leib geschossen worden. Das ist meine Beute gewesen. Nachher bin ich in das Lager geführt worden. Halbtot. Anstelle des Verwundeten Hagendorf zieht seine Frau in die Stadt, um Beute zu machen. Schwarzpulver enthält Kalium und Schwefel im Verhältnis 2 zu 1. Danach wird hier gefahndet. Für die Wissenschaftler war dies der spannendste Moment, als sie das echte Koller untersuchten. Das Ergebnis? Kalium und Schwefel. Die Bundeswehrtechniker machen den Befund noch brisanter. Der Todesschütze kann nicht weiter als 6 Meter entfernt gewesen sein. Weiter reichten die Wolken aus Pulvergas nicht. Der Schwedenkönig ist aus nächster Nähe erschossen worden. Daran besteht kein Zweifel mehr. Unter Verdacht steht ein kaiserlicher Kürassier, der mehrmals die Fahnen wechselte. Wie genau Gustav Adolf ums Leben gekommen ist, wird sicher für immer ein Geheimnis bleiben. Festzuhalten bleibt, dass sein Tod ihn zum Märtyrer machte und ein regelrechter Kult um die Person Gustav Adolfs entstand. Wallenstein steht nach dem Ende seines größten Gegners im Zenit seiner Macht. Doch schon bald muss er erkennen, dass der Krieg mit militärischen Mitteln nicht zu beenden ist. Für den Feldherrn ist mit dem Ableben des Schwedenkönigs nichts gewonnen. Die Propaganda wirkt über seinen Tod hinaus. Mit Durchhalteparolen ruft die schwedische Seite zur Rache für ihren Helden auf. Unter neuem Kommando gehen die Kämpfe weiter. Lauter Glück und lauter Sieg folget ihm und seinem Krieg. Mit diesem Schlachtruf erinnert die protestantische Seite an die göttliche Mission des Königs. Hätte er nicht in den Krieg eingegriffen, wäre der Protestantismus in Deutschland vielleicht ausgelöscht worden. Nach der Schlacht von Lützen wagt Albrecht von Wallenstein die offene Kraftprobe mit Wien. Will der Feldherr auf dem Gipfel der Macht den Kaiser stürzen? Hat er es selbst auf die Krone abgesehen? Ferdinand bezichtigt Wallenstein des Hochverrats und fällt das Todesurteil gegen den Retter der Monarchie. Wissenschaftler enthüllen das Ende des Generalissimus. Was geschah in der Mordnacht von Eger? Das ist die Krone abgesehen. Er holt seinen Generalissimus zurück. Wer wird siegen im Kampf der Giganten? Magdeburg an der Elbe. Als unseres Herrn Gottes Kanzlei wird die Stadt verklärt. Ihr Untergang sollte zum Fanal für den protestantischen Widerstand werden. Der katholische Kaiser will die feste Burg mit aller Macht bezwingen. Nach der Entlassung Wallensteins ziehen seine Truppen unter dem Befehl des großen Feldherrn Tilli vor die Stadt. Es ist der Beginn einer monatelangen Belagerung. 32.000 Söldner verschanzen sich rund um Magdeburg. Etwas Böses und Finsteres sollten sie hier entfesseln, das stärker als der menschliche Wille war. So ein schwedischer Historiker. Einer im Heer der Namenlosen ist Peter Hagendorf, einer, für den der Krieg Beruf und Lebensordnung ist. Seine Erinnerungen an die Ereignisse hat er in seinem Tagebuch zu Papier gebracht. Wir sind dicht vor die Stadt gezogen, haben mit Schanzen und Laufgräben alles zugebaut. Es hat viele Leute gekostet. Uns ist ein neuer Hauptmann vorgestellt worden. Er ist im Laufgraben wieder totgeschossen worden. Es sind die Aufzeichnungen eines Mannes, der ums eigene Überleben kämpft. Für reiche Beute, nicht für die Religion. Es offenbart die nüchterne Sicht des Täters, der davon lebt, zu töten. Tag und Nacht werden Schanzen und Laufgräben gebaut. Die Söldner graben sich Kilometer um Kilometer an die befestigte Stadt heran. In den Gräben schützen sie sich durch schwere, mit Steinen gefüllte Körbe vor dem gegnerischen Kugelhagel. Die Arbeit ist todbringend und voller Entbehrungen. Am Ende müssen die Männer fast rasend gewesen sein. Menschenleben zählen nichts bei den gefährlichen Unternehmen. Um jeden Preis will Tilli den Widerstand der Magdeburger brechen. In der Stadt selbst beschwören die Eingeschlossenen den Weltuntergang her. Die Söldner-Ehe ist eine Notgemeinschaft. Es herrscht Arbeitsteilung im Kampf ums Überleben. Eine Magdeburgerin weist ihr den Weg, um dem Inferno lebend zu entkommen. Ist nun das Geschrei ins Lager gekommen. Die Häuser fallen übereinander, sodass viele, die mausen wollen, darin müssen bleiben. So hat mich mein Weib mehr bekümmert als mein Schaden. Doch Gott hat sie behütet. Was uns der Söldner verschweigt, ist das Massaker, das sich in der Stadt ereignete. Die ausgestandene Angst, die Wunsch nach Beute, der psychische Druck, der sich nun verringerte, führte bei den Soldaten häufig zu einer Enthemmung, in der Exzess-Taten wie Vergewaltigung, wie Mord und Brandstiftung die Regel waren. Tillis Soldaten laufen amok und legen Magdeburg in Schutt und Asche. Sie werfen brennende Fackeln durch die Fenster, lassen die Schutzsuchenden qualvoll verbrennen. 20.000 Magdeburger kommen bei dem Inferno ums Leben. Die Nachricht von dem Massaker löst Entsetzen in ganz Europa aus. Das Ausmaß des Grauens könne mit Worten nicht beschrieben und mit Tränen nicht beweint werden, so Augenzeugen der Katastrophe. So beispiellos war das Geschehen, dass die deutsche Sprache ein neues Wort dafür fand. Magdeburgisieren wurde zum Sinnbild größtmöglichen Schreckens. Das Institut für Presseforschung in Bremen. Hier wird die größte Sammlung von Nachrichtenblättern aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges aufbewahrt. Auf Mikrofilm gespeichert bezeugen sie das enorme Echo der ersten Zeitungen auf den Fall von Magdeburg. Erstmals wurden die neuen Informationsmedien auch propagandistisch genutzt. Die Toten schwammen gegen den Strom der Elbe, so ein Bericht. Sie schrien mit betenden Händen nach Gott und forderten Rache. Mancher Schreiber überhöhte die Schilderung der Ereignisse durch klassische Motive. Von Müttern ist die Rede, die mit ihren Kindern vor dem Feind in den Flammentod flüchteten. General Tilli raubte der keuschen Magde Jungfernschaft. Ein Sinnbild, das selbst im entlegensten Flecken in aller Munde war. Er habe ein entsprechend gedrückt Werk zu Gesicht bekommen, berichtet ein Dietmarscher Bauer. Ein Zeichen für die erstaunliche Breitenwirkung der ersten Printmedien. Was schuf diese teuflische Energie, die das Rad der Gewalt immer weiter antrieb, bis es zu solchen Exzessen kam? Die grausamste Rache der Sieger war die Vergewaltigung, ein Akt totaler Machtdemonstration. Die Täter bleiben ungestraft, doch ihre Verbrechen erschüttern die Welt und beschwören den Ruf nach Vergeltung herauf. Als Rächer für die geschändete Jungfrau Magdeburg tritt Schwedenkönig Gustav Adolf auf den Plan. Ein Retter aus dem Norden werde kommen, um den Kaiser zu besiegen, so eine Prophezeiung. Die Propaganda verherrlicht ihn als Löwen aus Mitternacht. Mit seinem Schwert tritt er dem Drachen entgegen, dem Ungeheuer des Katholizismus. Ein ganzer Stab soll hinter der Imagekampagne des Königs gestanden haben. Sie macht ihn zum ersten Superstar der Mediengeschichte. Sie empfangen ihn wie den Messias, soll der entlassene Wallenstein über die Ankunft des Königs gesagt haben. Wer war dieser protestantische Glaubenskämpfer aus dem Norden? In der Leibrüstkammer im Schloss von Stockholm ist die Erinnerung an den König bis heute lebendig. Nur ausnahmsweise dürfen Scheinwerfer ihr Licht auf die empfindlichen Exponate richten. In dieser prächtigen Rüstung kämpfte der Herrscher auf Ritterturnieren. Er war ein Mann, der sich grandios zu inszenieren wusste. Diesen spitzen Kragen trug der charismatische Schwede auf einem Ball in Augsburg. Er soll so temperamentvoll mit einer Bürgerstochter getanzt haben, dass sie ihm die kostbare Bordüre zerriss. Sein letzter Besitz wird hier wie ein nationales Heiligtum aufbewahrt. Das Pferd, auf dessen Rücken Gustav Adolf in der Schlacht von Lützen starb. Streif war sein Name. Es wurde im Trauerzug des siegreichen Kriegers mitgeführt. Diese blutbefleckten Tücher und Hemden zählen zu den ältesten Textilien der Welt, die vom Tod eines Königs erzählen. Nur einmal hat man sie den Vitrinen entnommen, um sein Ende zu erhellen. So ließ er sich darstellen, der Held aus dem Norden. Er war ein Mann mit göttlichem Antrieb und wikingerhaftem Tatendrang. Soweit wir wissen, war Gustav Adolf ein sehr gebildeter König. Er sprach mehrere Fremdsprachen, war schon früh ausgebildet worden in politischen Wissenschaften, aber auch im Militärwesen.